Mein Name ist Xenia Zuhonlö, ich bin die Mitgründerin der Considerate Group und freue mich, dass ich dabei sein darf bei den österreichischen Tourismustagen. Mein Thema ist die Nachhaltigkeit und der Klimawandel, denn der ist leider trotz Corona nicht weggegangen, auch wenn wir durchatmen konnten, was die CO2-Emissionen anging letztes Jahr. Wie halten wir den Fokus auf dieses Thema, auch wenn wir in der Tourismusbranche sehr davon betroffen sind, wie wir wieder aufmachen nach dieser Pandemie. Es ist eine Chance für uns. Wir können sehr viel Positives erreichen als Branche. Wir können eine Leadership-Rolle einnehmen, was das Thema Erhaltung von Kultur- und Naturlandschaften angeht, die für uns im Tourismus so wichtig sind. Vielen Dank. Vielen Dank.